Was hat gelöst? Was hat gelöst? Was hat gelöst? Was hat gelöst? Alltag fuhren ein Tausend-Ziech über die Litzaböhr Schöneresung. 800 davon sind unterwegs, für die Voyager von A und B zu bringen. Proprietät spielt eine wichtige Rolle für sich wohlzufühlen. Das hat bei den Ziegen nicht auch nichts. Wir sind heute bei Mike an der Waschschau. Mit Mike, so du weiss mal. WK-Pop-Botwasser nicht hat richtig Sinn für einen Zug zu botzen. Natürlich ist das Wasser nicht richtig für sich zu wäschen. Ziel von der Zerwelle sind, Ressourcen schonend mit einem Mann, wie man sich Frischwässer hier sich zu wäschen. Dafür gibt es das ganze Wasser, das beim Wäschen aufhält, an unserer biologischen Kläranlage, ohne Chemikalien im Operat. Das Wasser kann dann für den nächsten Wäschzyklus benutzt werden. Kürzlich haben wir dann noch ein Update von unserer Wäschwurst gemacht. Das wird uns erlebt, nicht nur, damit die Zischloh mehr schnell gewäschen können, sondern auch mit einem Wasser, die man gewäschen kann. Auch mit der Zug hat 4 Liter Frischwässer gebraucht. Früher waren dort 45 Liter, also eine größere Wässer. Es stimmt also, Frischwasser ist nicht richtig, für die Zisch zu wäschen. Es ist ein risiklerer Wasser. Danke. 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 Danke.